Wie kommt man an mehr Metall-3D-Druck-Aufträge als Metall-3D-Druck-Dienstleister? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Und zwar kam diese Frage immer wieder, wie kann man sein Geschäft noch weiter ausbauen als Metall-3D-Druck-Dienstleister? Und auf welchen Fokus sollte man setzen? Wo gibt es besondere Anwendungen? Wo macht das Geldverdienen am meisten Spaß? Welche Teile machen am meisten Spaß? Und so weiter. Darum soll es jetzt gehen. Und damit herzlich willkommen in diesem Video. Ich bin Johannes Lutz von 3D-Industrie. Und wir beraten 3D-Druck-Dienstleister dabei, wie man mehr Umsatz macht, wie man an Premium-Kunden kommt und Kleinserien-Aufträge. Und wir beraten auch im Bereich Geschäftsmodellentwicklung und strategischen Themen. Und dabei kommt immer wieder auch das Thema auf, vor allem im Metall-3D-Druck-Bereich, wie komme ich denn an mehr Geschäft? Wie kriege ich meine Bauplattform dort schneller und besser voll? Und wie komme ich an die coolen Anwendungen, die jemand anders nicht hat? Und wie kann man sich ein bisschen abheben, das Ganze etwas anders zu machen in dem Fall? Und dabei möchte ich von Anfang an gleich differenzieren, dass ein Teil dort nicht betrachtet wird. Und zwar, wenn Sie jetzt Metall-3D-Druck-Dienstleister sind und Sie haben ein größeres Unternehmen, Sie subventionieren das vielleicht auch quer oder Sie möchten den Bereich weiter ausbauen und Sie sind vielleicht schon im Bereich Luftfahrt tätig, also Luftfahrt oder Raumfahrt oder auch Militär. Ja, dann möchte ich das im Endeffekt gleich mal von vornherein ausschließen. Dort hat man meistens eine Kundengruppe, dort arbeitet man länger mit den Kunden zusammen, dort sind größere Aufträge mit dem Spiel. Da muss man auch viel mehr investieren, da sind bestimmte Zertifizierungen notwendig. Man muss bestimmte Dinge nachweisen, man muss eine bestimmte Nacharbeit nachweisen und so weiter und so fort. Ich spreche jetzt eher von den etwas kleineren Metall-3D-Druck-Dienstleistern, die vielleicht ein bis vier Maschinen haben im Metallbereich, die unterschiedliche Werkstoffe anbieten, die zum Teil an zwei, drei Tagen den einen Werkstoff fahren und dann an den restlichen Tagen den anderen Werkstoff, die vielleicht ihre Aufträge immer wieder so raussuchen, dass man sagt, gut, man baut jetzt demnächst auch wieder Aluminium oder Werkzeugstahl in dem Fall und dann guckt man, dass dort nochmal einige Aufträge zusammenkommen an der Stelle. Und das ist einer der Punkte, auf die ich eingehen möchte, vor allem für Dienstleister, die in dem Bereich loslegen wollen, die vielleicht auch darüber nachdenken, soll ich mir die nächste Maschine kaufen, was sind die nächsten Projekte, wie kommt man am besten an Aufträge. Dinge, die Sie auf jeden Fall dabei nicht tun sollten, sind, dass Sie weiterhin einfach nur vor Ihrem PC sitzen und Ihr Outlook aktualisieren in der Hoffnung, dass irgendeine Anfrage kommt, am besten noch vom Umkreis an der Stelle, sondern Sie sollten aktiv werden. Die meisten Metall-3D-Druck-Dienstleister sind nur am Reagieren. Das heißt, da kommt irgendwas, man reagiert drauf, man macht es halt und fertig. Weil man ja genügend Zeit hat, diese Dinge auch entsprechend zu machen, man hat genügend Zeit, um zu rüsten, vielleicht hat man noch ein, zwei Mitarbeiter, die entsprechend die Nacharbeit machen und so weiter. Und man hat ja Zeit, sich damit zu beschäftigen. Meistens hat man dann noch einen Scanner, manchmal hat man dann auch noch eine bestimmte Software dafür und man probiert aber halt auch viel aus. Und genau die Dinge sollten Sie nicht tun. Lassen Sie das Thema Scanning weg, lassen Sie das Thema Ausprobieren weg, kümmern Sie sich darum, dass Sie an mehr Aufträge kommen und vor allem an Aufträge, die jemand anders nicht machen möchte, an die jemand anders gar nicht denkt, die sich unterscheiden von Raketenteilen und irgendwelchen komischen Fahrradrämen oder Motorradrämen und alienartigen Bauteilen und topologieoptimierten Bauteilen, die eh schlecht zu entstützen sind und wo man genau gucken muss, ob das Bauteil sich vielleicht im Nachgang noch verzieht, sondern was Sie brauchen, sind einfache, publige Bauteile. Und wenn ich nämlich bei den Dienstleistern, Metall-3D-Druckdienstleistern vor Ort bin und ich gucke in den Drucker rein und ich gucke mir die Bauteile an, die danach auch aus dem Drucker rauskommen, dann sind es keine alienartigen Bauteile. Dann sind es keine topologieoptimierten Bauteile, sondern es sind meistens ein paar Blechteile sind dabei, ein paar, ich nenne es jetzt mal, viereckige Bauteile mit zwei Bohrungen in einer Abschrägung, die man anders nicht fertigen kann, die vielleicht auch noch nachbearbeitet werden. Das sind die Anwendungen, an die Sie eigentlich herangehen sollten. Nicht an diese Spezialanwendungen, was das Thema Formenkühlung angeht oder besondere Kühlkanäle und so weiter, sondern die einfachen Bauteile. Die, die Spaß machen, wo eine Stückzahl dahinter steckt. Und auf die sollten Sie auch abzielen. Und einer der ersten Schritte, was Sie dort machen können, ist, indem Sie mit anderen Metall-3D-Druckdienstleistern auch mal sprechen, die deutlich mehr zu tun haben, ob Sie einen Teil davon übernehmen können. Das ist ein Weg, um an mehr Aufträge zu kommen. Dafür müssen Sie aber kommunikativ sein und natürlich auch dem anderen Unternehmen vertrauen können. Und das eine Unternehmen muss auch Ihnen vertrauen können. Und das Beste, was Sie dazu brauchen, ist natürlich ein Netzwerk. Wer jetzt sagt, ich habe ein gutes Netzwerk, das sind zwei, drei Leute sind. Sorry, dann haben Sie kein gutes Netzwerk, wenn es zwei, drei Leute sind. Was Sie brauchen, ist eigentlich ein Netzwerk aus 30 bis 40 Metall-3D-Druckdienstleistern, mit denen Sie sich regelmäßig austauschen. und auch Dienstleistern, die im Kunststoffbereich tätig sind, mit denen Sie sich austauschen, weil die Chance groß ist, dass ein normaler Kunststoff-3D-Druckdienstleister auch Anfragen bekommt für das Thema Metall-3D-Druck. Und er dann sofort weiß, Mensch, da gehe ich zu dem, der ist bei mir in der Gegend, dem kann ich vertrauen, der macht einen guten Job. Und er weiß auch ganz genau, dass er den Kunden danach auch nicht angeht, weil das im Endeffekt eine abgesprochene Sache ist, dass man hier hervorragend zusammenarbeitet. Das ist also mal eine Sache, die Sie brauchen. Ein zweiter Punkt, den Sie hier absolut brauchen, ist ein Zielgruppenverständnis. Das bedeutet, wenn Sie Zielgruppenverständnis haben, dann sind Sie an dem Punkt, dass Sie genau wissen, was für Probleme hat denn die Zielgruppe, was für Ergebnisse wünscht sich die Zielgruppe und wie können Sie mit Ihrem Metall-3D-Drucker diese Zielgruppe entsprechend unterstützen. Weil wenn Sie schlau sind und Sie denken nach und Sie wissen, was für Teile Sie regelmäßig bauen auf Ihren Maschinen und welche Probleme die lösen, dann können Sie natürlich auch schauen, was sind ähnliche Unternehmen, die auch dieses Problem haben und die können Sie separat angehen und da füllen Sie ganz schnell eine weitere Maschine, wenn Sie das vor allem geschickt, systematisiert mit einem bestimmten Weg auch anfangen, dies Ganze auch umzusetzen, weil dann, ich kenne es halt von den Metall-3D-Druck-Dienstleistern bei uns aus der Beratung, wenn man dann einmal bestellt, dann bestellt der immer wieder, auch wenn zum Teil drei, vier Monate dazwischen liegen, dass die Bauteile immer und immer und immer wieder kommen und meistens ist im Metall-3D-Druck-Bereich sind die Kunden auch sehr, sehr zuverlässig und im Endeffekt auch sehr loyal und man kann ganz gut mit denen umgehen. Das sind zwei ganz wichtige Dinge, die eine Voraussetzung dafür sind, um an mehr Aufträge zu bekommen und zusätzlich, das ist auch eine Sache, die ich Ihnen mitgeben möchte, sollten Sie nicht der Erklärbär sein, der alles nur erklärt und Sie erzählen, wie Metall-3D-Druck funktioniert und die Leute dann einladen und danach passiert nichts mehr in dem Fall. Sie brauchen nämlich eine gute Attitude. Wie man so eine Attitude bekommt, da schauen Sie mal bei uns ins Netzwerk rein, da sind so coole Typen dabei an Metall-3D-Druck-Dienstleistern, die genau wissen, worum es geht, die genau wissen, was für Einwände immer wieder kommen, welcher Widerstand kommt, wie man mit dem Widerstand umgeht und am Ende des Tages hat der Kunde dann ein hervorragendes Ergebnis mit richtig tollen Teilen, das zum Teil Kunden anrufen und sagen, hey, das ist richtig gut geworden, wir sollten noch nach ein paar mehr Anwendungen schauen und wenn Sie dann Zielgruppenverständnis haben und Sie genau wissen, wo sind Metall-3D-Druck-Anwendungen, dann schaffen Sie es auch immer wieder, Ihre Anlagen zu füllen, weil das ist ein Kreis, der sich immer schneller bewegt, umso eher Sie wissen, welche Kunden Sie haben, umso eher Sie wissen, was haben die für Anwendungen, umso eher kriegen Sie Ihren Drucker voll, umso eher Sie wissen, wer bei Ihnen bestellt, umso eher Sie wissen, welche Anwendungen derjenige hat und welche Probleme er hat, umso eher kriegen Sie Ihren Drucker voll. Das ist eine regelrechte Aufwärtsspirale, die nach oben geht, wenn Sie die verschiedenen Punkte entsprechend immer wieder im gleichen Rhythmus durchgehen. Und was noch ein weiterer Punkt ist, der zu mehr Metall-3D-Druckaufträgen führt, ist, indem Sie wissen, wie man auch Anwendungen findet im Metall-3D-Druckbereich. Die meisten wissen, okay, da kommt immer wieder mal was rein, aber wie generiert man denn etwas? Vorhin habe ich von Reaktion gesprochen, dass die meisten nur reagieren. Jetzt spreche ich von Agieren, dass man mit Unternehmen vielleicht erst mal aus der Region erst mal spricht, die Ihnen vertrauen, die wissen, dass es Sie gibt, dass Sie einen guten Job machen, die mal vorbeikommen, die vielleicht Ihre Teile auch vor Ort abholen, die Sie direkt vorbeibringen entsprechend, dass Sie auch wissen, wie findet man denn diese Anwendungen, wie kommt man denn an diese Anwendungen ran, wo muss man da hinschauen, welche Fragen muss man denn stellen. Weil wenn Sie Metall-3D-Druck betreiben und Sie nicht wissen, wie man an Anwendungen kommt, sorry, dann gehen Sie demnächst pleite, weil das eine der wichtigsten Aufgaben ist, um an mehr Geschäft zu kommen, dass Sie selbst auch wissen, wie man an mehr Geschäft, oder wie man mehr Geschäft auch generiert und es hat ja einen super positiven Effekt, dass nicht nur Sie davon profitieren, sondern Ihr Kunde und dessen Kunde und Sie einfach tolle Teile liefern, die dann auch perfekt passen und das Thema Metall-3D-Druck noch weiter in die Unternehmen reingetragen wird und zu einer normalen Technologie wird. Und wenn Sie jetzt sagen, wie Sie diese Punkte konkret umsetzen, als Metall-3D-Druck-Dienstleister und wie Sie sich die Frage stellen, was ist denn Zielgruppenverständnis, welche Attitude brauche ich denn, wie gehe ich denn vor mit dieser Acht-Schritte-Methode für das Finden von Anwendungen in anderen Unternehmen, dann melden Sie sich bei uns, wenn Sie das interessiert und wir prüfen genau, ob und wie wir dort mit Ihnen gemeinsam zusammenarbeiten können und dann gehen wir die Schritte entsprechend auch gemeinsam. Also, in diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Videos.